Gute meine Freunde und willkommen zu einem weiteren Project Reality Arma 3 DevBlog. Nach langer Zeit melde ich mich nun also wieder zurück. Ich glaube der letzte war irgendwie so vor drei Monaten ungefähr. Zwischendrin hatten wir unser Sommerloch, möchte ich es mal so nennen. Also einige Leute waren im Urlaub, manche hatten auch mal weniger Zeit. Zwischendrin, ja wir haben neue Leute zubekommen, manche sind wieder gegangen und lauter so Krams. Und deswegen werden wir jetzt einfach mal ein bisschen aufarbeiten, was also passiert ist. Denn ich hatte immer den Eindruck zwischendrin, ja es reicht eigentlich gar nicht für einen DevBlog. So viel Neues hat sich nicht getan. Es war viel Code Refactoring in der Zwischenzeit, worüber wir heute auch sprechen wollen. Und da hätte sich ein Video eigentlich gar nicht so rentiert. Vielleicht hätte ich es trotzdem machen sollen. Könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr das lieber regelmäßig haben wollt oder nur wirklich, wenn ich dann auch was zu erzählen habe. Aber nichtsdestotrotz fangen wir einfach an, was ist Spannendes passiert. Ich glaube ich fange wirklich mal mit den Eyecatchern zuerst an. Und zwar haben wir jetzt vor kurzem unsere GitHub-Page mal endlich erstellt. Übergangsweise auch nur, weil wir arbeiten gerade auch an der richtigen Homepage. Aber das gibt es im Moment als GitHub-Page. Link packe ich unten in die Beschreibung. Da ist nochmal schön übersichtlich drin, was ist Project Reality A mal 3, was haben wir für Core Features, Wer ist im Team, wo kriege ich Media her dazu, wo komme ich auf den Discord. Und ein FAQ ist drin. Also der ganze nützliche Kram, nach dem die Leute immer fragen. Und deswegen dachte ich mir, ist es wichtig, dass wir das dann auch haben. Beziehungsweise der Rest des Teams war auf jeden Fall der Ansicht. Und deswegen haben wir das dann auch mal eben schnell gemacht, weil wirklich viel Aufwand ist ja so in der GitHub-Page. Zum Glück nicht. Das ist relativ simpel und ein cooles Feature. Ja, und Link wie gesagt in der Beschreibung. Wenn jemand Fragen zu Project Reality A mal 3 hat, dann könnt ihr das gerne verlinken. Solange unsere Homepage nicht da ist. Den Prototyp kann ich jetzt schon mal zeigen. Der sieht so aus. Schön mit einem Typewriter-Effekt hier. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und der wird eben ähnlich vom Inhalt sein am Anfang, wie unsere GitHub-Page so. Da werden aber noch ein paar andere Funktionalitäten hinzukommen. Forum wird es natürlich geben. Wir wollen auf jeden Fall hier unter Community auch noch eine Dokumentation mitliefern. Wenn dann Project Reality A mal 3 endlich mal live geht und es Leute gibt, die eigene Versionen erstellen wollen. Das heißt, die eigene Mods einbinden wollen etc. in das Framework, dass die einfach eine Dokumentation zur Verfügung haben, die ihnen erklärt, was sie tun müssen. Und natürlich auch, welche Parameter in der Konfiguration was bedeuten, wie man Kids anpasst etc. Und Guides, ja, müssen wir mal gucken, ob wir User-Guides erstellen für Klassen, für das Spielen selbst. Ich denke mal, da wird auf jeden Fall erstmal mit so das Quick-Guide, den wir ja auch zu den Playtest-Einladungen mit versendet haben. Der wird da mit reinsammeln und solche Dinge. Und Servers, da werden wir wahrscheinlich ein paar auserwählte Server auflisten. Müssen wir uns auch nochmal überlegen. Ist alles noch Prototyp? Aber so ungefähr kann man sich das dann schon mal vorstellen. Also da passiert auch auf jeden Fall was auf dieser Seite. Jetzt gehen wir aber zurück ins Board und schauen mal. Wir sind mittlerweile, ich habe geguckt, eben im letzten Video waren wir glaube ich bei Iteration 08. Jetzt sind wir mittlerweile bei 013. Hatten zwischendrin auch nochmal ein paar Performance-Tests, paar Playtests. Jetzt fassen wir mal kurz zusammen, was ist die letzten Wochen, Monate so passiert. Also was auf jeden Fall ganz essentiell ist, wir hatten sehr viel Bewegung im Code, wir hatten große Refactorings, wir hatten Anpassungen bezüglich der Modularisierung. Und wir haben im Wesentlichen auch den Core von Project Reality AMA 3 extrahiert in ein weiteres Add-on, ein serverseitiges Add-on. Also es ändert sich nichts an der Struktur, dass Project Reality AMA 3 ein serverseitiger Mod ist, der in seiner Ursprungs-Framework-Version keine weiteren Modifikationen voraussetzt, keine Client-Modifikationen, die mitgeladen werden muss, sondern es ist alles serverseitig. Man kann out of the box auf einen Project Reality AMA 3 Server joinen und alles ist gut. Nur der Server hat jetzt eben noch ein weiteres Add-on. Das ist ein, das nennt sich CLIP und ist im Wesentlichen der Core, der vorher im Project Reality AMA 3 als Modul drin war. Und der Core enthält eben die grundlegenden Funktionalitäten, die für das Project Reality AMA 3 Framework maßgeblich sind oder die eben die grundlegende Funktionalität gewährleisten. Und die sind so essentiell oder auch so praktisch, gerade was den Aufbau einer Unscheduled Environment betrifft, dass wir uns gedacht haben, okay, wir möchten das Ganze gerne als CLIP extrahieren, damit jetzt kommt es auch andere Modifikationen oder andere Content Creators davon profitieren können, CLIP verwenden können, ohne dass sie Project Reality AMA 3 verwenden können. Das bedeutet also, wer diese grundlegende Funktionalität einer Unscheduled Environment sucht und haben möchte, für den ist dann eben CLIP etwas und der kann mit CLIP eben arbeiten und sein eigenes Framework hochziehen, seine eigene Mission damit bauen, ohne explizit Project Reality AMA 3 zu nutzen. Das haben wir gemacht, weil wir glauben, dass das etwas ist, was die Community bereichert und es sicherlich Nachfrage geben wird, doch, könnten wir uns auf jeden Fall vorstellen. Und es wäre schade, wenn jemand dann gezwungen wäre, Project Reality AMA 3 komplett umzukrempeln, was aber auch mit den Lizenzen eigentlich nichts bringen würde, weil das könnte er dann gar nicht veröffentlichen. Deswegen haben wir uns gesagt, okay, wir stellen diese ganz grundlegende Bibliothek von Funktionen, dieses Framework, stellen wir einfach zur Verfügung, das kann man nutzen. Man kann damit seinen eigenen Spielmodus basteln, seine eigene Mission bauen, was auch immer und versuchen, das also der AMA Community zu liefern, quasi als Geschenk, als Nebenprodukt bei der Entwicklung von Project Reality AMA 3. Und eben diese Extraktion hat einen großen Testaufwand nach sich gezogen, hat natürlich auch viel Bewegung in den Code wiedergebracht. Die Modularisierung wurde nochmal überdacht und Yoko, Badguy und Netfusion haben da sehr viel rumgewerkelt, bis wir dann einigermaßen zufrieden waren und bis wir dann auch die Bugs, die dadurch entstanden sind, oder auch alte Bugs, die bis dato unentdeckt waren, gefixt hatten. Das hatte dann natürlich auch eine Reihe von Performance-Tests zur Folge, wo wir dann geguckt haben, okay, wie sieht es denn jetzt aus? Läuft das Ganze noch? Haben wir noch die Frames, die wir vorhatten? Ist es besser geworden? Ist es schlechter geworden? Wir hatten da auch einige Tests, die kolossal schiefgelaufen sind. Das ist normal, das war zu erwarten, wo wir dann halt einfach Mutex-Probleme hatten. Mutex sagt vielleicht dem einen oder anderen etwas aus der Informatik, um es vielleicht weniger technisch zu fassen, ein Mutex verwaltet Ressourcen und ist besonders wichtig in einer unscheduled Environment, also wo nichts parallel läuft, um diese Ressourcen an Clients zu verteilen und wenn dort dann Deadlocks entstehen, also wenn sich da Clients gegenseitig sperren und diese Sperre nicht mehr aufgehoben werden kann, dann bleibt diese Ressource ewig gesperrt, niemand kann mehr darauf zugreifen und ja, dann hat man ein Problem und das führt dazu, dass man einen Playtest dann eventuell beenden muss. Ressourcen können zum Beispiel Variablen sein oder ähnliche Sachen, das kommt dann immer darauf an, aber dabei belassen wir es, glaube ich, an der Stelle, sonst wird das Ganze hier zu technisch. Wie auch immer, auf jeden Fall hatten wir da an der Ecke große Probleme, also mit unserem Mutex, haben da, glaube ich, zwei oder drei Performance-Tests nicht in den Sand gesetzt, das ist falsch, sondern gebraucht, bis wir diese Bugs gefixt hatten, aber jetzt läuft es wieder stabil. Wir hatten jetzt auch wieder einen großen Playtest mit 40 Leuten, wo ich leider nicht dabei war, aus beruflichen Gründen, in Anführungszeichen, und ja, da lief es gut, also keine Mutex-Probleme, Performance war super mit 40 Leuten, also it's looking good an dieser Stelle. Aber nichtsdestotrotz hat das natürlich, das muss man jetzt auch sagen, ehrlicherweise, die Feature-Entwicklung gehemmt. Also wir wären gerne weiter gewesen an diesem Punkt schon mit unseren Features. Ist jetzt durch diese CLIP-Extraktion nicht mehr möglich gewesen, da großartig neue Features rauszuballern. Deswegen kam auch so lange kein Dev-Blog, weil dann hätte ich jede Woche oder alle drei Wochen erzählen müssen, ja, wir extrahieren CLIP, ja, wir haben Mutex-Probleme, ja, Performance-Test ist schiefgegangen. Aber, ja, so sieht's nun mal aus. Jetzt hatten wir an der UI ein bisschen was gebastelt, das lief immer so ein bisschen nebenher. Das sieht man jetzt auch in den neuesten Videos von den Playtests wahrscheinlich. Wir haben ein Lokalisierungsmodul eingebaut, um eben unterschiedliche Sprachenunterstützung zu können. Und wir haben letzten Endes angefangen, unser schon vorhandenes, grundlegendes FOB-System zu überarbeiten und da Fehler zu fixen, genauso wie bei der Vehicle-Restriction etc. pp. So, und jetzt gehen wir mal kurz den nächsten Milestone durch. Ich werde jetzt nicht den vergangenen abarbeiten. Wir schauen einfach mal an, was wird in der nächsten Interaktion drin sein, die in zehn Tagen, glaube ich, abgeschlossen ist. Wir haben hier ein Epic, also ein Arbeitspaket, Rewrite-Respon-UI. Da können wir mal kurz reingucken, was da an Issues noch offen ist. Kids-Selection-Restriction-Don't-Work. Also wir haben hier einen Bug, der dazu noch gehört. Dann ist auch dieses Epic abgeschlossen. Also unsere Respawn-UI haben wir dann dementsprechend nochmal überarbeitet. Auch die hat eben ein Overhaul erfahren. Wir haben hier relativ lapidar formuliert Rewrite-FOBs. Also da wird gerade dran gearbeitet. Da haben wir einige Game-Design-Diskussionen, wie wir das machen. Es geht aber auch hier um die Code-Basis, weil die Implementierung war prototypisch. Und jetzt wollen wir das Ganze ein bisschen sauberer haben. Und da ist dieser Task von Netfusion, der im Moment weniger Zeit hat, an Simon, also Badguy, gewandert, der sich da jetzt drum kümmert, der auch die Bugs davon behandeln wird. Und ja, äh, dann sind hier natürlich jede Menge Bugs aufgetaucht. Die kommen alle aus dem letzten Playtest. Da wurde schon priorisiert und einsortiert, welche in diesem milestone noch gemacht werden. Ähm, natürlich war damit zu rechnen, dass in einem großen Playtest, der dann in den drei Runden gespielt werden, dass da Tonnen von Bugs, von kleineren Fehlern auftauchen, von Game-Design-Sachen, die aufpoppen, etc. Damit ist immer zu rechnen. Das ist auch gut. Jeder Playtest, den wir machen, jeder Bug, der erfasst wird, macht das finale Produkt, das wir dann am Ende als Stable releasen, äh, Gott, ich kann kein Englisch mehr sprechen, releasen, ähm, macht das Produkt am Ende besser. Deswegen sind wir da dankbar für und haben da auch schon fleißig, äh, einsortiert und erfasst. Da sehen wir hier jede Menge rot. Ansonsten, Lokalisierung ist hier drin, also I18N, Internationalization. Da ist mein Task, dass ich da noch ein paar Sachen abarbeite. Wir haben Game-Design-Diskussionen, die laufen eigentlich in jedem milestone immer parallel. Also es ist immer da was im Fluss, immer was in der, in Bewegung. Und ansonsten seht ihr schon, hier ist echt nicht viel an neuen Features, außer das eben mit den, mit der, ähm, mit den Fops, wo wir eben noch ein bisschen mehr Funktionalität liefern wollen. Und, äh, ja, Bugs, 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 das ist es eigentlich in diesem milestone. Wir haben hier jede Menge in Dundee-Testing. Ich bin mittlerweile auch froh, dass wir, ähm, in der QA, inzwischen drei Leute haben, die sehr gut zusammenarbeiten und unsere Milestones jetzt hoffentlich in Zukunft nichts mehr in Dundee-Testing haben, wenn sie fertig sind. Es war nämlich die letzten zwei Monate auf jeden Fall so, dass unsere Milestones eigentlich nie komplett fertig waren. Wir hatten immer 30, 40 Storypoints in Dundee-Testing. Wir hatten Sachen im Backlog noch. Wir hatten sogar auch noch Sachen in To-Do. Die liefen einfach nicht. Das lag nicht daran, dass wir uns da so verschätzt haben, sondern eben, ja, das Sommerloch kam zu. Es kamen wirklich unerwartete Dinge. Es ging ein bisschen drunter und drüber. Bei uns allen in den letzten Monaten, wie das halt manchmal so ist, es war halt einfach mal eine schwierige Zeit, eine stressige Zeit. Es ging nicht vorwärts. Wir hatten das Zielip nebenbei, was echt immense Arbeitsaufwände hervorgebracht hat. Ja, und jetzt sind wir wieder in der Phase, wo, oder in, ja doch, in der Phase, wo die Milestones gut durchlaufen, wo wir auch wieder eine QA haben, weil zwischendrin ist uns auch, sag ich mal, wir hatten vorher auch drei QA-Leute, davon sind zwei abgesprungen. Das war sehr ärgerlich. Oder was heißt ärgerlich? Man kann es nachvollziehen. War halt so. Aber kam ungünstig, kam ungelegen. Gerade als wir dann eben diese große Exaktion mit den großen Testaufwänden hatten, war das schade. Und jetzt haben wir drei Leute wieder, die super arbeiten und haben noch einen vierten, sehr erfahrenen QA-Mann, der sich jetzt bei uns gemeldet hat, mit dem ich mich die Woche unterhalten werde, der aus Polen kommt. Da freue ich mich auch schon drauf, weil ich glaube, dass der ja sehr viel Know-how und sehr viel Experience mitbringt, weil er das eben auch beruflich macht. Und ich bin mir sicher, dass unser QA-Prozess davon profitieren kann. Ja, und ansonsten, wir haben auch einen neuen Skript da, mit im Team der Raven. Der hat im Moment noch ein, zwei andere Projekte und Uni. Aber wir planen, dass er Ende des Jahres, also Q4, dass er jetzt richtig mit einsteigt. Spätestens Anfang des Jahres, dass wir da einfach noch jemanden haben, der sich auch im Framework auskennt und der uns unterstützen kann, der auch schon tatsächlich schon ein paar produktive Tasks übernommen hat. Ja, so sieht es also im Moment aus. Also, um es kurz zu fassen, Bugfixing im Moment, im Nachgang zum Playtest. Wir haben wenig Feature-Implementierung, versuchen jetzt langsam in Richtung stabile Versionen zu arbeiten. Das sieht auch gut aus. Und ansonsten kommen jetzt halt so Sachen, weil wir auf stabile Versionen hinarbeiten, wie Balancing. Wir passen jetzt wirklich endlich mal die Kids an, kümmern uns hoffentlich bald auch mal um Dokumentationen. Solche Sachen eben, die einfach führenden Release notwendig sind, genauso wie auch die Website, damit man auch eine entsprechende Distribution dieser ganzen Assets, Dokumentationen etc. hat. So, jetzt können wir nochmal reingucken in 014. Also spricht der übernächste. Ähm, da sind einfach ein paar Feature-Requests. Also, da geht es dann weiter mit neuen Features. Ähm, hier ist nochmal ein Bug reingewandert. Und hier gibt es auch nochmal ein C-Lip-Overhaul. Sehen wir auch nochmal. Hat sogar schon seinen eigenen Tag hier, C-Lip. Ja, und da sehen wir sogar, da ist schon was in Progress. Der Simon hat irgendwas schon angefangen, was eigentlich zu 014 gehört. Aber das ist auch okay. Wahrscheinlich überschneidet sich das mit einem anderen Issue. Ja. So. Habe ich was vergessen? Lässt uns, ach so, genau. Lessons learned aus den letzten Playtests, was für uns jetzt wirklich wichtig ist, sind nochmal so, gerade auch, wo es Richtung Release geht langsam, sind so ein paar UI-Elemente, gerade was den Mapscreen betrifft. Man hat es eben kurz gesehen, Simon arbeitet gerade daran, dass der Medic einfach Verwundete auf der Karte sieht oder auch als 3D-Icon im Spiel. Daran arbeiten wir, so Sachen wie, dass der Spieler sich selbst auf der Karte gehighlighted kriegt. Ja, im Moment ist es so, man sieht acht grüne Marker von den eigenen Squad-Leuten oder Squad-Membern und man weiß nicht, wer man selbst ist, bis man mit der Maus drüber havbert. Das ist natürlich maximal scheiße. Deswegen sind wir da auch relativ schnell drauf gekommen, dass wir da auch nochmal nachziehen müssen. Also, UI auch ein ständiges Thema, ständiger Fluss und eben auch Game Design. Also, wir arbeiten da an Konzepten und bereiten davor, dass wir, wenn wir die stabile Version haben, dass wir dann da auch noch nachlegen können beziehungsweise wir arbeiten daran auch, das Ganze so aufzupolieren, dass wir einen Release haben, der so gut wie möglich abläuft und wo die Leute schon out of the box, gleich am Anfang ein solides Gameplay-Erlebnis haben, eine solide User-Experience, weil das gerade das etwas ist, was ja vielen AMA-Spielmodi nicht zu eigen ist, wo viele Probleme haben, gerade weil das ja auch manchmal nicht so leicht ist in AMA. Ja, und da wollen wir natürlich dann auch glänzen. Ja, es soll nicht nur technisch gut sein, sondern auch vom Look and Feel. Ja, gibt's mehr zu erzählen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe so ziemlich alles gesagt. Jetzt wisst ihr Bescheid. Also, wir haben das C-Lip. Wir haben unseren Code nochmal refactored. Wir haben einige wenige neue Features gemacht. Wir haben hauptsächlich Bugfixing betrieben, Performance-Optimierung. Ja, und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es wird nochmal einen Performance-Test geben in den nächsten zwei Wochen, wahrscheinlich zwischen 0.13 und 0.14 irgendwann, wo wir dann nochmal mit möglichst vielen Leuten testen. Kommt einfach auf unser Discord, wenn ihr mit dabei sein wollt. Das wird dann da angekündigt, läuft ganz spontan, keine Vorab-Anmeldung. Ja, und dann seid ihr einfach dabei, probiert's aus und super. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Lasst mich hören, was ihr denkt. Und wenn ihr beim Playtest dabei wart, wie ihr es fandet, könnt ihr auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, damit ihr es andere lesen könnt. Und bis dahin sage ich auf Wiedersehen.